hallo mein lieben homies willkommen zu einer weiteren aufgabe von fluch der pharaon so wir rufen kurz unsere karte auf nämlich genau hier haus der millionen von jahren des usa matri töt den hauptmann haben wir leider schon den kommandanten auch aber müssen die beiden schätze plündern und das machen wir jetzt wahrscheinlich ganz am anfang mal gemacht wo ich immer die tagesquests gemacht habe und habe ich die schätze immer extra liegen gelassen ich ja gesagt habe irgendwann zocken wir mal flucht der pfarrer oben durch deswegen sage ich mal meine lieben homies gönnen wir uns die schätze fangen wir mit denen hier an gucken wir mal wie viele kollegen hier sind eher gesagt wie viele feinde hier sind die kollegen sind ganz bestimmt nicht die sind beide auf einer linie nice dann holen wir uns erstmal den ersten mein lieben homies ganzen locker block ich hier aber ja so was von klar jetzt ist egal die machen wir mal rein komm mal rein hier und da kommt noch einer machen wir noch mal lieber hier haben wir den kollegen oder kommen rein komm ins gebüsch wir müssen reden die homies mein immun ist aber ich wie erfreulich ja komm kollege bleibt nicht stehen komm her stimmt denn mit dir nicht komm 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 rein den schwester bananen oder was du sucht hey jo pass auf und dann bleibt er da stehen und guckt einfach nur glücklich kommt ins gebüsch ich komme hier wir können wir haben sich den ganzen tag zeit hier nicht mehr da ist wo ich dann hat immer noch nicht mal die monistin hat ich ihn aber ist egal von rein läuft so wie ich sagen wir müssen erst ein schatz hier halt die klappe wenn wir mal den anderen bogen machte extra das macht er extra der bike mann 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 die mummisch was geht ja immer ein paar feile wieder dann noch mal so erster schluss müssen wir noch röser die sagen schnappen auf den kollegen schnell das kollege feind 60 kollege also ich grüße euch natürlich alle recht herzlich aber leider gerade vergessen zu sagen wollte ich gar nicht so mein jungen muss aber hat geklappt alles super und sonst auch noch einer habe ich nicht was idioten blöd männer was für idioten aber da ist man die momen sparen wir uns ein bisschen arbeit so her damit haben wir damit haben wir den hausse millionen jahres ist unser madrid sie bett in re erledigt sehr sehr schön klettern wir mal hier noch einmal interagieren wer das lesen möchte pausiert das video und gönnt er sich dann immer hier hoch und dann werden wir unser video sehr sehr nice haben wir glaube ich nur eine quest und zwei festungen und dann war es hat meine mummies ich bedanke mich natürlich weh macht fürs zuschauen wünsche euch noch einen wunderschönen tag und dann sehen wir uns bei den nächsten aufgabe im fluch der pharaon auf wiedersehen meine lieben homies